Hallo und herzlich willkommen! Ich melde mich mal kurz mit einem kleinen Infovideo zurück. Diesmal keine Musik ohne alles. Erstmal dazu vielen Dank, dass ihr hier kurz reinschaltet. Ich wollte mich mal kurz melden und mal umhören, wie es euch allen so geht. Und danach möchte ich kurz nochmal Grüße ausrichten an den lieben Absturz Zockt LP. Den habe ich nämlich in einem anderen Video erwähnt, das ich noch nicht hochgeladen habe. Aber es noch bald kommen wird, weil ich nämlich gerade ein Projekt neu aufnehme, was ich eher so gelegentlich aufnehmen möchte. Je nach Zeit, je nach Plan. Eigentlich hatte ich ja vorher gehabt, dass nach Castlevania III Dracula's Curse Schluss sein wird. Aber das habe ich auch in einem anderen Video schon gesagt, dass dann vielleicht auch noch Kleinigkeiten kommen wird. Weil es gibt einfach manches, es ist einfach zu anstrengend auch und momentan habe ich sowieso nicht so viel Kopf dazu mit Let's Playen. Aber so richtig komme ich auch nicht mal weiter, wenn ich mal wieder merke, wenn das ein Video leider seine Turmfehler hat. Aber da kann ich ja nichts dran ändern. Aber gut, ich melde mich mal eben kurz zurück und sage erstmal so kleine Infos nebenbei. Aladdin wird noch hochgeladen. Ein Level von Super Mario Maker muss noch hochgeladen werden. Castlevania III wird noch hochgeladen. Inklusive einem Special-Video, wo ich eine alte Aufnahme habe, wo dann die Fels reingeschnitten werden. Da die Aufnahme halt nicht so ganz toll war, wie ich es mir erhofft hatte. Deswegen wurde das halt von mir nochmal neu aufgenommen. Ja, und das Projekt, weil ich derzeit neu aufnehme, wird dann auch nochmal hochgeladen. Ich bin gerade mal knapp bei der Hälfte schon. Zehn Papst habe ich schon. Aber das könnte noch eine Weile hinziehen, denke ich mal. Aber gut, das war das kurze Infovideo. Mal sehen, was noch so kommt auf uns YouTuber, Kollegen und was weiß ich was. Auch an den Streamern und ja. Das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt auch noch was, was ihr loswerden könntet. Und was Twitter angeht auch, habe ich erstmal komplett beiseite belegt. Weil es mich in letzter Zeit theoretisch angenervt hat. Aber das ist eine andere Geschichte und gehört nicht hierher. Ansonsten bin ich noch am Discord erreichbar. Wenn was sein sollte. Bis demnächst mal wieder. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.